Auf der linken Seite der neue Reader und auf der rechten Seite der alte Reader, diese Software, die RSS-Feeds verarbeitet, länger bekannt und auch schon länger gelobt, nochmal links die neue Version, rechts die alte Version. Der direkte Vergleich zeigt, dass sich da einiges optisch getan hat, aber auch unter der Haube. Deswegen werfen wir jetzt einfach mal den Blick auf die neue Version, wo beispielsweise die Einstellungen, die sich vorher unter den Systemeinstellungen befunden haben, direkt in die abgewandert sind. Das ist sehr sinnvoll und eine gute Neuerung. Das Ganze ist wesentlich flotter geworden. Das Anlegen des Bilder-Caches beispielsweise funktioniert einfach im Hintergrund, man muss sich irgendwie nicht darum kümmern, man muss nicht abwarten, dass es irgendwie losgehen kann, sondern man kann einfach in seine Feeds einsteigen. Es geht mit einem Google-Reader-Account, aber neuerdings auch mit einem Fever-Account. Man kann mehrere Accounts anlegen. Es gibt so ein schwarzes Pop-Over, das man gerade gesehen hat, wo man so die verschiedenen Services wie Evernote oder Instapaper oder Pinboard einbinden kann. Fingergesten führen durch die Menüs und Artikel. Wenn man beispielsweise mit zwei Fingern nach unten wischt, dann werden die darunter aufgeführten Artikel als Gelesen markiert. Nach links und nach rechts kann man natürlich wischen, um so Sternchen zu vergeben beispielsweise. Man kann neuerdings Feeds hinzufügen und abbestellen innerhalb von der App und das macht das ganze Paket wirklich rund und empfehlenswert und jetzt hätte ich gerne diese Neuerung auch fürs iPad. Und sonst habe ich keine Sorgen. Vielen Dank!